Meistens kann ich im Pausenraum noch schlafen. Guten Morgen. Ja, probieren wir. Das ist jeden Tag gut. Ich fang nochmal an. Ja, voll wahnsinnig einfach. Ähm. Ja. Und ähm. So schaut's aus, ja. Genau. Ich würd's auf jeden Fall wieder machen. Ja, am Montag ist es schon ein bisschen gedämpfter. Man glaubt, man ist mehr in einem Einkaufscenter. Erstens hab ich mir gedacht, pass ich da dazu. Und ich pass gut dazu. Unsere Gruppenzusammenstellung ist relativ vielfältig. Wir kommen alle aus verschiedenen Bereichen. Manche steigen direkt ein mit der Lehre. Manche haben auch, so wie ich, eine Oberstufe davor gemacht. Und haben auch jetzt viele verschiedene Lehrberufe. Wir lernen schon viel, aber Zeit für einen Kaffee ist immer. Also der schönste Tag der Woche ist definitiv der Freitag, weil dann nur bis 11.15 Uhr Arbeit ist. Aber der Mittwoch ist auch ein cooler Tag, weil da gibt's Schnitzel. Der Altersunterschied in unserer Gruppe spielt keine Rolle und haben trotzdem immer unseren Spaß. Freundinnen der Technik sind hier was ganz Normales. Nein, Kaffee holen tue ich nur für mich. Digitalisierung bedeutet für mich, dass die reale Welt in die virtuelle Welt geführt wird. Die Lehre und das Studium unter einen Hut zu bringen, ist ein bisschen schwer. Aber mit einem guten Zeitmanagement ist es fix möglich. Ich habe auf jeden Fall den richtigen Weg gemacht und bin froh da zu sein. Karriere machen ist schon geil. Traut's euch und bewerbt's euch bei Siemens. Dein Talent, deine Zukunft, deine Lehre.